alli hallo und ein herzliches willkommen zurück zu einer weiteren folge von minecraft so wir sind noch noch die betonung nicht auf noch hier in der in der höhlen so gucken ich weiß gar nicht wo wir hinwollten ich habe keinen plan mehr ich glaube wir gehen jetzt mal hier durch aber hier waren wir schon von da sind wir gekommen okay dann sind wir vielleicht im kreis gelaufen kann das sein ja wir sollten vielleicht gucken dass wir auch mal da was haben wir denn da dass wir noch ein bisschen tiefer gehen oder sehen sind wir jetzt sind auf 11 11 hallo da ist okay okay weil wir haben wir haben wir eben ins inventory gucken wir haben elf diamanten bis jetzt hat ich schon mal eine ganz stolze leistung bin ich aber könnten noch ein bisschen was wir brauchen und deswegen habe ich gedacht wir buddeln noch ein bisschen weil ich buddeln für mein leben gern so kleinen buddler die diese wir haben ja auch ein bisschen material zum buddeln wird finden werden weiß ich nicht aber wir werden unser bestes hier geben wir haben ja beim letzten mal auch ordentlich was gefunden da war ja auch nicht schlecht und deswegen müssen wir mal gucken dass wir noch ein bisschen ich würde mir gerne mal eine ritter rüstung hier aus diamante machen das wäre nicht schlecht was haben wir denn generell hier warte mal wir haben 28 eisen das ist natürlich noch nicht so wirklich viel ein bisschen bisschen mehr wäre nicht schlecht das ist doch kacke ja gut wir nehmen auch das mit was wir nicht wollen erst mal und da haben wir schon mal wieder eisen bäms oder das müsste eisen sein ja okay und hier ist irgendwo lava ich höre ganz genau ich habe ganz genau gehört habt ihr auch gehört das geblubselt wir stoßen hier bestimmt gleich wieder auf irgendwas was nicht schön ist ich habe dem gefühl ich bin auf der richtigen höher sind wir ja mal schauen ob wir hier noch was finden im moment sieht es ein bisschen mager aus aber was nicht ist kann ja noch werden wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen noch durch den durch die dinger buddeln und gucken wo wir rauskommen ich sehe nur nichts mehr halt was war das was auch nichts nichts interessantes für uns leider finde ich scheiße jetzt aber okay gut ding braucht weil das kennen wir ja alle da müssen wir uns halt mal ein bisschen gedulden und dann ein bisschen buddeln und noch mal was hat man jetzt jetzt geht los hier war jetzt aber erde okay erde und darunter ist stein okay und redstone ich will auch keine redstone möchte gerne diamanten haben und eisen dann wäre schon richtig glücklich wir müssen hier die schippe hält nicht mehr lang okay dann sind wir schon wieder am ende das war immer nur so ein bisschen eisen ein bisschen erde ist schon mal nicht schlecht aber ihr könnt ihr wahrscheinlich bis china buddeln und haben da immer noch nichts gefunden alterweise das ist kacke vielleicht sollten wir ja mal abbiegen wäre vielleicht auch nicht schlecht aber ich habe der moment wir gucken mal wo rauskommt mir ist das jetzt vollkommen egal okay wenn alles so viel hier wäre wie kohle wie 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 steine das wäre sogar ein alter nee da gibt es nix gibt ja ja nix so jetzt geht es weiter hier kommen jetzt aber jetzt finden wir was darauf jetzt jetzt haben wir eine höhle gefunden oder was eine höhle kohle 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 ist gut dann machen wir eben licht ins zunkel die nehmen wir jetzt mit hat die können wir ja auch immer gut gebrauchen oder wir sind hier auf ein alter schwer ist hier viel kohle die ist mal richtig cool so ja das hat sich schon mal gelohnt so können wir nicht so mitnehmen nee wir haben alter ist jetzt biegen wir ab jetzt hat kein bock mehr so was machen wir hier eine facke also cool ist ja schon mal gar nicht so schlecht okay wir gucken mal ich meine ich hätte wieder hier ist redstone redstone ist könnte auch noch was anderes sein aber ja mit der kohle ist ja auch nicht schlecht dann können wir unseren ofen sehr gut befeuern aber hier ist echt tote hose wow also so oh da ist ein zombie ich höre ein zombie hier ist irgendwo eine höhle ja ich vermute mal die sind irgendwo über uns ja ich vermute es mal so das haben wir hier gefunden eisen nee gold sollen wir das mitnehmen ich traue mich das gar nicht über uns abzubauen nee wir lassen das gold ist sowieso nicht so wichtig obwohl doch schon aber okay okay also es sieht echt hier heute nicht so schön aus ne also wir haben da wirklich überhaupt kein glück wir haben gleich unsere ganzen fackeln verbollert für ein bisschen kohle und ein bisschen eisen und gold und nicht ein diamant ist aber echt ernüchternd ach du mal die klappe du scheiß zombie hier haben wir ganz viel also wenn wir alles so viel finden würden wie redstone das wäre mega krass aber geschissene pelze würde ich mal sagen alter fall da sollen das hier jetzt gibt mir doch mal was anständiges komm wir sind so fleißig und der lohn dafür kacke so egal so schnell lassen da ist schon wieder hier ist irgendwo eine höhe über uns aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht wirklich da dran okay hier ist auch irgendwo Wasser irgendwo ist hier Wasser oh scheiße da ist Wasser da ist Wasser da kommen wir nicht weiter da müssten wir vielleicht einen höher gehen aber wir müssen erstmal gucken dass wir ein paar Fackeln bauen so was haben wir denn 36 tun wir die weg und die tun wir da hin okay oh wir sind hier auf mega was ist denn das mega Eisen oh geil guck mal Kinas wir haben ganz viel Eisen okay so gucken wir mal dass wir das vielleicht ein bisschen umgehen können hier so das sieht nicht schlecht aus warte mal dann gucken wir mal dass wir das Wasser abstellen jihi aua so so du kleine Pestbeule da haben wir dich mal eben oh 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 wir müssen was essen ich hätte es beinahe wieder vergessen wie so oft Essen Essen wird überbewertet so hm wir gehen mal in die andere Richtung wo kommt hier das Wasser her man weiß es nicht genau ne okay hier hier geht es nicht weiter hm hm tja wir haben da zwar was gefunden warte so zack ah ja ist ja gut aber komm ah über 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 ach da ist noch mehr warte wir müssen das Wasser abstellen das geht mir auf den sack so dankeschön so da haben wir doch mal ganz viel noch ein Eisen gefunden schwupp dann gehen wir vielleicht doch hier hinten weiter ist vielleicht doch nicht so schlecht hier durch zu gehen alter was haben wir denn hier jetzt aber nix wie weg hier jetzt aber nix wie weg hier da haben wir uns aber voll verschossen ne würde ich mal so behaupten oh mein gott oh mein gott das ist dunkel hier leccomio fetti das ist viel zu dunkel aber dafür haben wir hier ordentlich was so wir machen jetzt erstmal hier licht überall das ist gefährlich hier alter scheiß creeper aber wir haben Eisenvorräte bis der Arzt kommt jawoll schwupp so den haben wir schon mitgenommen warte hier war da noch mehr da das ist 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 das ist